Hallo meine Damen und Herren, wir befinden uns hier in Malbun, in unserem Trainingszentrum. Heute findet die vorletzte Ziehung des Aktion Pro Ski statt. Wir verlosen heute ein paar Hadski und 3000 Franken. Meine Glücksfäden sind natürlich meine Athleten und ich würde sagen, starten wir gleich mit dem Hadski. Dieses Los ist gültig und hat den Hadski gewonnen. Nein, Gratulation. So, jetzt mischen wir nochmal gut durch und dann lassen wir die 3000 Franken. Auch dieses Los ist gültig und wir gratulieren ebenfalls für die 3000 Franken. Danke an meine Glücksfäden, das hat es super gemacht und wir gehen jetzt weiter trainieren. Tschau, Papa. Sehr gut.